happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gamble ich glaube wir free fire max ich bin erst bei ränke danach cs ränke oder normale cs je nachdem wie lange die suche dauert bei cs ränke ich werde heute abend auch wahrscheinlich wieder live stream sehr hohe wahrscheinlichkeit das jetzt macht und dann würde ich mal sagen los geht's viel spaß ok wir fangen an mit bär ränke da oben ist die blaue fläche da probiere ich hinzufliegen 650 bitte 653 geht auch hoffe ich ok wird doch ein bisschen knapp aber das schaffen wir noch ein pilz ok und los geht's wo ist eine waffe hier nicht in der acker war das glaube ich gerade kann man mal nach da oben hin ach muss man nützchen ohne mp wo gibt es meine sachen die ich gerne hätte was ist das da so wird kein natwerfer brauche ich nicht m60 brauche ich auch nicht sch 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 Oh ja Da haben wir schon mal Meine Fernkampfwaffe Die ich gerne hätte Jetzt finden wir noch meine Torge Als Nahkampfwaffe Rucksack Level 3 hätte ich auch noch gerne Oh da ist die Nahkampfwaffe Jetzt soll ich mich nur noch über einen besseren Rucksack freuen Weil meiner schon fast voll ist Hm Ach das war einer Zack Und alles am Mann Was ich gerne hätte Bleib doch stehen Wo ist das? Oh Oh Okay Dann nicht Dann geht es jetzt weiter Schauen wir mal Also ich habe alles was ich brauche Ich glaube hier hinten war immer ein Pilz gewesen Bei den Turmen Ach ne Da ist er Und schnell weiterlaufen Die Zähne kommt wieder Dann Hitzza Dann 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 Hallihallo, Hallöle. Oh, da wäre auch gerade eine Max-7 gewesen. Auch gute Nahkampfwaffe. Oh, da, 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 da. Der ist gut. Der muss ich mitnehmen. Bis bruch ich. Oh. Und schon wieder laufen. Das wird ein richtiger Marathon heute hier. Meine Güte nochmal. Okay. Haben wir wieder alles? Let's go. Oh, alles voller Leute hier. Zack. Einen kleinen Kopfschuss gemacht. Oh. Oh. Wadra kill. Binge. Dominating. Oh, die Wand, die Wand, die kommt. Okay, sind wir erstmal hier oben. Oh, daneben, weg ist er, getroffen. Okay. 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 Oh, komm, bisschen näher. Äh, einen Pfosten und den treffe ich, ne? Ja, ja, ja. Alles nur KIs hier. Warte um. Drecke mal erstmal ein bisschen hier. Nachladen. Oh, nur noch 14 Schuss. Kopfschuss. 12 Tötungen. Plus 65 Score. Mein Score ist plus 65 Scheen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter in CS Ranking. Da warte ich wieder eine Minute, wenn es sich klappt, dann gehe ich in CS Normal. Gut, und viel Spaß. Okay, ich spiele normales CS, kein Ranked. Bei Ranked habe ich eine Minute und drei Sekunden gewartet, kam nichts. Gut, dann. Aber irgendwie ist das hier gerade so ein bisschen laggy, finde ich. Das ist ja ein bisschen doof, oder nicht? Ach, Mensch. Gute Arbeit. ach ja ok 1-0 für den gegner aber heute fällig bestimmt genug ich glaube es nicht aber ich hoffe es ach ne die m60 dann machen wir es so warum ist das so laggy bisschen ich kann da oben ok 0 2 geht aber schnell ok dann nehmen wir jetzt mal mp5 was ist nur hier los letzte zeit auch schon mal so ein bisschen probleme gehabt mit dem internet wäre es gerade ein bisschen schlimmer ja ja I need glue wall. I need glue wall. Guck mal wie das hakt, das ist doch, rechts nehmt dir, das ist doch nicht normal, meine Hüte, was ist los mit dem Internet? Folgt mir! Helft mir! Heft mir! Heft mir! Ach Mensch! Das ist ja eine halbe Dia schuldig, das ist doch Katastrophe. Na ja, was soll's verloren? 37, er war besser als ich. Und die beiden. Gut, dann würde ich mal sagen, dass was bedeutet. Dankeschön für Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. Um 18 Uhr ungefähr fange ich an. Bis dahin habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüüü! Untertitelung. BR 2018